Und damit herzlich willkommen zurück zur Episode 5 der Staffel 2 von The Walking Dead, der finalen Staffel. Und es gab anscheinend keine Probleme in der letzten Nacht. Oh, oh. Oh, 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 oh nein, nicht, nicht Kenny, nicht Kenny, schießen, 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 schießen. Pam. Der Baby, wo, wo ist das Baby? Oh, 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 oh. Der Baby kam aus keinem. Das war wirklich laut. Hoffentlich gibt es noch mehr davon. Ja, also, wir gehen. Wir wollen nicht umgehen, um zu finden. Er ist sehr nahe. Komm. Mann, 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 Mann. So, nun bin ich ja mal gespannt, wo der uns jetzt hier hinführt. Wie ist das? Das ist ein Bögen von Schifern? Es ist halbiert. Wir sind hier für die Zettelungen, nicht der Haus. Es ist warm. Wir sind warm. Wir sind warm. Wir sind warm. Wir sind warm. Es ist warm. Wir sind warm. Wir sind warm. Ich habe es warm. Wichtig warm. Wie lange es gibt, wer sind, was es sich interessiert. Du wirst nicht so denken, wenn du dich mit ein paar Ince von Schnee wachst. Wollen wir einfach überlaufen? Also ein halbfertiges Haus, okay. Wahrscheinlich muss die Dachlacken drauf. Ich sehe keinen. Du kannst nicht gehen. Du sagst es in einem amerikanischen Scheiß. Es ist okay. Schau! Eis! Kein Scheiß Eis! Das ist das Problem. Er sagt, es ist Spaß. Wenn wir einfach schnell gehen, dann wird es sicherlich okay. Ja, keine Ahnung. Wir müssen ausbreiten. Nur um sicher zu sein. Wollen wir das besser. Lass den Russki vorgehen. Sie ist so sicher, das ist okay. Lass den Russki vorgehen. Oh man. Warum sind das eigentlich immer Russen? Können das nicht mal irgendwie andere sein? Muss ich hier irgendwas aufpassen oder so? Kann ich einfach vorwärts laufen. Oh, oh, oh. Das sieht auch sehr geil aus. Nice. Ganz langsam. Na der, 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 der letzte, den, den letzten beißen die Hunde. Oh, da kommen schon wieder welche. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Geh zurück hier, du nghediger Scheiße. Nein, Kenny! Hände zu kümmern! Du hörst ihn! Ganz langsam weiter. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Nein, das wäre keine Idee. Hey, ich kann es machen. Es ist okay. Ja, beweg dich doch mal. Auf was wartest du denn da? Es ist zu tief für uns beide. Ich muss nur... Oh nein! Stopp! Ich bin gut. Ich bin gut. Nein, du bist nicht. Du musst raus, Luke. Ja, Clem! Ich arbeite daran. Du musst dir helfen. Nein! Clem, geh! Geh, hilf ihm! Nein, Clem, geh nicht! Clem, geh einfach zurück für ihn. Du bist leid. Du kannst es tun. Stopp, erzähl ihm das! Clem, schau mich an. Du holst aus, und schaust die verdammte Walkers. Okay? Gib mir ein bisschen Zeit. Clem, du kannst es machen. Aber du musst gehen. Nein! Okay, ich hab mich mal dafür entschieden, ihm Deckung zu geben. Danke, danke. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich hab keine Ahnung, ob du... Ich kann dich schützen! Ich hab dich! Ich hab nur... Halt auf, ich hab dich! Rest einen Sekunden! Geh ihn weg, Clem! Nein, nein, nein! Keine Ahnung, ob du... Schau dich! Schau dich! Ich kann dich schützen! Ich hab dich! Oh, oh! Die berühmte Handze... Scheiße! Auftauchen! Irgendwer klopft da an. Luke! Ja, ja, ich klopf ja schon, ich klopf ja schon! Oh mein Gott! Halt durch! Weiter klopfen! Schnauze! Ach, scheiße! Oh, oh! Kuh drücken! Aaaaah! So, hol ihn raus! Oh! Kacke! Ist der schon tot? Was? Der ist tot! Scheiße! Da ist ein Feuerplatz! Jesus Christ! Wir müssen die Mord. Wir müssen die Mord. Wir müssen die Mord. Wir müssen die Mord. Er ist weg. Luke ist weg. Luke ist weg. Wir sollten ihn weg. Gott sei Dank! Wir sollten ihn weg. Wir sollten ihn weg. Es ist meine Schuld. Ich sollte ihn bleiben. Was ich angefangen habe, was wir tun können. Du könntest... Du könntest ihm helfen. Nicht zu hören, Clem. Das ist nicht auf dich. Ja, heute hätten wir ein großes Animal sollen. Hallo? Du Scheiße! Das ist deine Schuld! Kenny! Nein, Mann! Nein! Es ist niemandem Schuld! Ich schreie. Können wir einfach ein Feuer machen? Schau an diesen Ort. Nur eine Strecke von fucking Toothpicks. Ich bete, diese magischen Supplieren sind auch Bullshit. Was? Keine Englisch sprechen? Fuck you! Fuck you! Fuckin' commie piece of shit! Fuck you! Ähm, könnte dir mal jemand... Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ey, der läuft... Der läuft irgendwann richtig nochmal Amok. Stopp! Was? Wie ist der denn drauf? Hallo? What did you do to him? There's another just like it. He wasn't lying. You wanna tell me how a can of fucking chili is gonna help the baby? How is beating a kid to death gonna help anyone? He won. This is your fault. And you damn well know it. Also entweder er hängt sich uff, weil er damit überhaupt nicht mehr umgehen kann. oder er bringt alle um. Fine. Heels von Bienen. Mike, help me get a fire started. You okay? He's hurt real bad. Mike! Runter kommt Kenny auf keinen Fall mehr. Yeah okay. Von seinem Trip. You got a light? I thought I had matches. You kept it. I look at that tava. I look at that also. Don't go out of it. Okay guck's need something. Guck mal da. Du kannst ihn weg. Das ist einfach. Du 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 du. Äh, so oder so sag ich mal. Kenny ist zurück, zu versuchen, eine dumme Schraube zu beginnen. Hier, sollte man etwas essen. Bist du okay? Danke. Ich kann nicht glauben, er ist weg. Ich habe Menschen verloren, aber... ich habe einfach nicht so gehalten. Er hat auch dich gehalten, Jane. Ich weiß, er hat er. Gott sei Dank. Ich sollte nicht zurückkommen. Ich wusste, das würde passieren. Ich wusste, es war. Ich bin glücklich, dass du das gemacht hast. Ich werde etwas finden, um das zu spüren. Danke. Danke. Ich kann nicht mehr nehmen. Ich fühle mich besser? Ja. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. ich könnte eine Hand nach hinten mit dem Auto. Diese Haus ist nicht wertvoll, aber die Fahrzeuge sind nicht schlecht. Wirklich? Jetzt? Ich bin glücklich. Guck mal. Ich wusste, dass wir alle kürzen. Aber ich bin glücklich. Ich brauche hier deine Hilfe, okay? Ich warte dir zurück. Ich werde ihn sehen. Ich denke mal, der will einfach bloß abhauen von der Gruppe mit dem Kind. Und dann sein eigenes Ding machen. Clem. Just be careful. Was hat sie gesagt? Ich weiß, dass sie sie rüben hat. Du solltest nicht das tun mit Arvo haben. Ich weiß. Ich weiß, Clem, aber Luke... Ich weiß nicht. Du kannst nicht das tun. Jesus, Clem. Du kennst mich. Du kennst mich nicht so. Du hast mich Angst. Du hast uns alle, Kenny. Es wird nicht wieder passieren. Das ist eine Verzweifung. Was ist passiert? Es ist vorbei. Aber AJ braucht uns jetzt. Wir müssen uns zusammenhalten, okay? Komm schon. Wir sehen, ob der Trucke geht. My daddy always had a half dozen wrecks he was fixin' up. He was a mean sumbitch. But he taught me respect. Girl like Jane could learn a thing or two about that. I like her. Just give her some time. Maybe you're right. Hell, I didn't know what to make of Lee at first. Of course, he helped me and mine more times than I can remember. Jane helped us back on the road. Jo, okay. Machen wir. Nö. Klingt nach nem Batterieproblem. Ich bin sehr nah dran, Clem. Mit ein wenig Glück, kann ich das Ding laufen. Und dann können wir raus auf die Straße und wirklich machen, dass wir ein bisschen entfernt haben. Wellington muss da sein. Die Ruhige können nicht alle sein. Was ist Mexiko? Warum? Hallo, willst du einen Taco? Ich habe noch nie da gewesen. Ich ging mal, ein langes Mal vor, bevor ich Cam mitgebracht habe. Alles klar, turn es wieder. Du turnest es? Ja. Gott, verdammt! Mensch, kann ich direkt. Wir müssen weitergehen, wenn wir A.J. leben. Wir sind aus der Zeit. Ich muss das Ding anfangen. Ich werde das Ding anfangen. Ich werde versuchen, die Batterie zu warmen. Gehen wir rein. Ich liebe ihn nicht mit der Frau. Warte, war das jetzt für eine komische Einstellung? Mit dem Außenspiegel? Hat er dir irgendwas zu sagen? Ich weiß es nicht. Na gut, dann gucken wir uns hier mal den Bagger an. Ich wünsche, dass sie dieses Ort endet. Ja, wäre schon ein cooler Ort gewesen, das stimmt. Aber... Stop Drop. Mhm. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Es sieht aus, dass es sich umklappen wird. Ja. Ich finde es eigentlich ziemlich stabil, muss ich sagen. Sie sieht aus. Ich sag mal so, äh, amerikanische Häuser war das ja sowieso immer alles bloß Heul-Hits. Aber dafür sieht es so ganz gut aus. Bustet. So, hier kommen wir nicht weiter. So, dann werden wir mal mit ihr ein bisschen Talken. Wo bist du? Ich wollte nur sehen, wie du warst. Wie denkst du? Es muss schön sein, eine schöne kleine Mädchen zu sein. Niemand erwartet, dass du eine verdammte Sache machen kannst. Du und ich beide wissen, dass du eine Chance hatten, zu sagen. Du und ich beide wissen, was da hinten passiert ist. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich sage mal so, wir brauchen uns ja auch ja keinen großen Vorwurf machen, weil Luke hat uns ja in der Situation auch gesagt, dass wir uns um die Walker kümmern sollen. Also von daher sehe ich da überhaupt kein Problem drin. Außer, dass er tot ist. Aber naja. Denke man, das ließ sich so oder so nicht vermeiden. Ich sag mal so, in dem Spiel kann man ja sagen, er war an der Reihe, ne? Du brauchst keine Hilfe? Ich bin gut. Geh auf AJ. Alles klar. Blue Ford Lumber. Mhm. Mhm. W Uh. они Vielen Dank.